Wir bei EA Elektroautomatik setzen seit letztem Jahr Micro-Torque Schraubersysteme von Atlas Copco ein. Dadurch waren wir in der Lage, unsere Arbeitsprozesse deutlich zu rationalisieren und eine Produktivitätssteigerung von 30% zu erreichen. Durch die zusätzliche Überwachung von Drehmoment und Drehwinkel konnten wir unsere Qualität erheblich verbessern. Ich finde den Micro-Torque Schrauber toll, weil einfach keine einzige Schraube mehr durchdreht. Die Micro-Torque Systeme wurden von den Mitarbeitern von vornherein sehr gut akzeptiert. Die Zählfunktion der ETD-Schraubersysteme unterstützt den Mitarbeiter und macht den Prozess sicherer. Durch die intelligente Überwachung sind weitere Prüfschritte nicht mehr nötig. Die Zählfunktion des kur—Torques Schraubersysteme – die Zählfunktion des Kurvenhers in derуры Drehwitze sind. Das ist die Zählfunktion des Kurvenhers. Die Zählfunktion des Kurvenhers- und Verkaufs-Senscher hat sich in den Schrauber-Restungdächt. Vielen Dank.